ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video ja und ich werde ich nicht lange labern, damit wir es schaffen es geht weiter mit unserer Let's Play Reihe und ja, eigentlich kann ich jetzt mehr dazu nicht das nehmen wir doch gleich hier mit ach man weiste, was ähm, ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein ich habe schon mal ausprobiert, weitergespielt und geguckt, wie alles normal also, mit das Bauen und so ich glaube, es hat ein bisschen Kacke gemacht ja, äh ist das jetzt hier schon akzeptiert? warte mal, kann ich das jetzt trinken? nein, weil wir sind nämlich hier fast am Verhungern und, ähm, verdursten jetzt haben wir es, okay, gut dann kommen wir uns gleich noch was ab dann haben wir es mal genug, nicht mehr die wieder verdursten das soll ja nicht passieren jetzt haben wir hier noch unsere Kartoffelpflanze so, ah, okay ne, Glas können wir hier nicht rein machen wäre auch ziemlich dumm so, machen wir gleich mehr Kartoffeln oh, hat sich das schon eingegessen ich glaube, die kochen wir uns auch mal scheiße, wir sind nämlich ganz genau verhungern hier, cooking station ähm, craft so, scheiß grad, frauen wir jetzt erstmal nicht so, machen wir den da hin ja, also kann man hä, wie macht man das? ah, cool, ah, okay so jetzt müsste das alles wachsendes was, also meine Kartoffeln nein, oder? oh, nein so, die haben jetzt gekocht das ist relativ wenig gebracht ähm, fishing root kacke und es wird jetzt einfach noch ein Holz ich glaube es nicht ist ja auch gut dann werden wir uns erstmal das gönnen ich glaube, äh wir werden jetzt erstmal uns ein bisschen Nahrung verschaffen alles klar auf dem Bild sieht es einfach so aus und da in der Hand jetzt ich sag jetzt einfach nichts wir haben einen Fisch nice gleich mal kochen so, ähm ich glaube ja, erstmal eigentlich will ich jetzt mal Wasser holen aber einfach mal reinziehen okay, hat jetzt nichts gebracht äh, sag ich ja ähm der Speer kann erstmal weg ich will jetzt mal neues Wasser holen so, dann können wir uns nämlich wieder befüllen Kartoffeln müssen wir uns wiederholen na, ganz wichtig so, erst mal ein bisschen Holz ist liegen so, dann haben wir das auch ich glaube ich, äh, mit so einem Tunnel gönnen Video oh, oder auch so so, dann kommt nein, ah, ey, ich bin so dumm ich bin so dumm so dann drücken wir mal auf Open okay, es geht einfach grad nicht warum auch immer ich glaube, weil ich wieder ein Aushaber gut, ist jetzt auch egal vielleicht kriegen wir noch eine Tonne wo wir nicht unbedingt äh, ein Video gucken müssen zum Öffnen ach so, wir müssen warten, bis der Fisch kommt okay, gut okay, gut ich vergesse ich immer wieder so, als können wir uns das theoretische Leben wir haben sogar Fisch ich würde sagen, äh hier holen wir uns erstmal nein, nein 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 Tor, jetzt muss man es neu hier dieses neun Becher machen oh ich bin so dumm ganz ehrlich ganz ehrlich so, jetzt nein, nicht nein so, jetzt da rein nein hey, ich ich zieh doch auf nicht Cooking Station so, komm wenn ich das hier könnte ich auch nicht rein machen jetzt so denn hatten wir einen Fisch gehabt, genau sag ich ja dann packen wir uns den auch noch hier rein so, zack komm mal her das war nun daneben zack, so und wir haben Glück, wir kriegen Kartoffeln dann können wir jetzt nämlich wieder erstmal Kartoffeln anpflanzen dann können wir uns auch noch Palmen machen sehr vorragend so, haben ne, haben wir nicht so, dann machen wir jetzt den erstmal weg dann kann nämlich dann kann nämlich so, dann kann dieses Scheißding dahin sag mal, was soll denn das? aber irgendwie muss man den auch hier steht damit können wir eigentlich mit den Speer können wir hier verteidigen aber es spielt auch schon wieder gerade abzuspielen da ist mir jetzt das Gefühl weil ich kann hier wieder mal nicht wechseln ach, ich kann auch nicht bauen, ne wenn ach, egal so, wir nehmen jetzt einfach mal das Ding weg vielleicht können wir denn was anderes nehmen immer noch nicht ok ähm da wir ja nicht angeln können können wir auch schlecht was zu essen holen ok, jetzt haben wir hier noch ups, ähm Wasser so, können wir uns jetzt die Kartoffeln können wir uns auch te- oh, rätisch hier auch ok, jetzt bin ich einfach nochmal neu starten bis gleich tschau so, und da bin ich auch schon wieder ähm, zurück ich habe einfach nochmal neu gestartet weil es klingt ja gar nichts mehr also wir können ja irgendwie aus welchem Grund auch immer könnte Sachen mehr hier irgendwie auswählen nein, dann droppen wir das einfach so, dann können wir hier wieder neues machen weil wir müssen ja ziemlich ganz schön mit essen und so aufpassen ähm weil ja, verhungern ist ein bisschen debris obwohl wir es ja schon geschafft haben ich weiß doch gar nicht, warum ich die ganzen Kartoffeln weggemacht habe das ist doch mein Gott so, aber erstmal werden wir uns erstmal ein paar Fisch stehen angeln denn wir müssen uns erstmal äh, irgendwie ja, anderweitig ernähren so dann haben wir das dann könnten wir uns jetzt theoretisch hier kann man sich nicht anders ernähren weil irgendwie bringt es ja auch nicht der Fisch, der bringt es ja nicht so so ich würde sagen, wir machen das erstmal man also das ist irgendwie so da so, Gras brauchen wir jetzt nicht unbedingt so, dann nehmen wir das erstmal mit so, dann nehmen wir das erstmal mit ich will erst mal den eigenen gegessen, ey so, ähm dann nehmen wir das mal hier dann nehmen wir das jetzt nicht dann nehmen wir das jetzt nicht ähm, ja ich würde sagen, wir holen uns noch zwei Fische kochen die noch schnell oder angeln erstmal ein bisschen damit wir erstmal ein bisschen an Hunger gestillt haben weil, also den Hunger weil, ja ich hab keinen Bock nochmal zu verhungern oder zu verdursten oder generell halt so, jetzt können wir den praktisch wieder ernten oh, ich ess die immer, ey lehre scheiß die Wand an so, dann können wir hier noch was trinken so, dann können wir das jetzt hier wieder abkochen so, dann nehmen wir erstmal den gekochten Fisch hauen den rein hier können wir schon 80 Euro, die war noch nicht reif das Ding gut dann nehmen wir uns erstmal unser hier unser unser, das was ich hier schön gebaut habe unsere schön Treppe so, die Achse, ich glaube ich kann das jetzt weghauen Foundation so, jetzt müsste das theoretisch weg sein ich hab grad irgendwas gegessen die Frage ist nur was ich gegessen habe also, irgendwie praktisch schon wieder rum ey, ich, ich weiß nicht können wir nochmal irgendwie ja, man, warum kann ich das denn nicht irgendwie muss ich das so wegnehmen können wenn ich jetzt hier die Axt nehme ja, null HP schön, und weiter das heißt, das war's jetzt oder was große Klasse ich kann nicht mal mit der Axt schlagen ach, das ist Foundation ich bin so dumm so, dann pflanzen wir einfach mal was an hier jetzt verstehe ich auch, warum das nicht geklappt hat aber eigentlich müsste ich doch jetzt weiterhauen können hm hm ich versteh das jetzt nicht ich nehm mal den Hammer ach so, genau, jetzt können wir hier einfach weiterbauen so, den Plan, glaub ich, brauchen wir aber, äh um Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums oh, oh, oh oh, oh gut, jetzt haben wir die Axt weggeworfen ah, alles klar toll uns fehlt einfach mal toll, jetzt können wir das nicht neu craften äh, so, ja was ich aber noch ansagen wollte, ist, ähm dass ich jetzt versuche, alle zwei Tage Videos zu laden also, ich versuche das Let's Play hier nein, nicht die andere, toll ähm ich versuche es mal, äh und ja, damit will ich ja schon die Folge beenden äh, weil mich das schon wieder aufregt mit der Axt und alles, womit nicht funktionierte ich muss die wieder weg, der ist ja auch immer weggeworfen mit den ganzen Kartoffeln, äh was ja so in den Folgen auch nicht allzu lang werden, deswegen meine ich schon, äh, hier Schluss wenn es euch gefallen hat, auch trotz des, da, oder wie auch immer, dass wir jetzt hin zu vergehen, was wir gemacht haben hoffe ich, dass es euch gefallen hat können wir uns eigentlich eine Axt jetzt bauen und es fehlt noch rein so ein hässiges Eisenteil mein Gott wie gesagt, äh auf was hat euch trotzdem gefallen ich hoffe ich kann das jetzt wegbauen bin ich auch so haltend, das wäre Pilat nein, ich kann es anscheinend auch nicht oder wir fangen einfach nochmal eine neue Reihe an äh, also ein neues Let's Play weil gut, die Welt ist jetzt ein bisschen scheiße gelaufen ähm, das könnt ihr euch, das könnt ihr entscheiden gucken wir auf die Likes und so, gucke ich achte ich oder auf Kommentare äh, ist egal, also ich würde auch noch neu anfangen oder wir lassen es sein, weil wir machen uns ein anderes ähm, es liegt an euch äh, und ja, damit, ciao öh 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 öh